chaotix gaming normal kann jeder hallo liebe chaoten und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play landwirtschaft simulator 17 mit aro auf der zillertaler alpen map schön dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute werden wir uns darum kümmern ein bisschen gras zu mähen für unsere kühe und die schweine in der letzten folge habe ich ja angefangen mit dem eicher die schweine zu versorgen werden wir auch noch ein bisschen fortführen müssen ich habe ja bis jetzt nur gerste reingekippt glaube ich und ja zum gras mähen habe ich mir gedacht schnappen wir uns den schönen massey fölkissen auch aus dem massey fölkissen urteimer pack so richtig urteimer ist er jetzt nicht würde ich sagen aber er ist sehr schön natürlich legen wir vorher frontlader und schaufel ab damit war hier auch ordentlich arbeiten können hier steht der schöne eicher aus der letzten folge wahnsinn haben ziemlich gut an bei euch aber ist auch einfach ein tolles gerät kann man gar nicht anders sagen ich würde sagen frontlader legen wir hier hin mit der schaufel natürlich zusammen jawohl dann schnappen wir uns mal das hackmähwerk und pöttinger war es glaube ich kleine standardseiten mähwerk für was anderes hat es hier leider noch nicht gereicht ihr seht ja oben im kontostand 7684 jetzt muss erstmal ordentlich geackert werden damit später die kohle reinkommt anders funktioniert es nicht sehr schön ich bin echt gespannt ob es klappt zu klappen rein von der ps zahl her muss es klappen habe ich schon nachgeguckt vorher so dann fahren wir mal rauf auf unsere schöne weide auch echt ein schöner trecker wie der sich hier so macht nicht schlecht muss man direkt die foto machen haha egal auf geht's zum feld nicht so viel zeit verlieren so weide besser gesagt hier ist es schon direkt am hof na natürlich der traum eines jeden bauern man muss es am hof haben sonst ist es zu kompliziert zu weite wege lohnt sich nicht wo ich habe ein seiten mehr weg unter frucht zerstörung oder ist das richtig ja das ist ja witzig gut dann werde ich eine bahn auf jeden fall zerstören müssen das ist eine bahn ist auf jeden fall leider kaputt weil ich die kaputt fahre da muss ich gucken seiten verkehrt oh gott jetzt komme ich hauptschule und muss umdenken das wird spannend eigentlich sollte es kein problem sein wenn nicht überlege ich gerade mit das ding vorne ran zu machen geht ja auch zur not aber gleich fahr ich einfach andersrum dann passt es sollte wenn mich nicht alles täuscht wenn ich mich jetzt nicht quasi live in der aufnahme blammiere aber jetzt schafft er nur noch zwölf hier bergauf aber er schafft es noch da kann man nicht meckern wie ich finde schade dass ich das gerät nicht im rückspiegel sehen kann müssen wir es halt mit schätzen machen was übrig bleibt bleibt übrig so ist es in der realität ja auch genau jetzt waren wir andersrum sehr schön so kann es was werden und es geht auch recht plott wieder mit 20 km h so kriegen wir auf jeden fall schnell was zusammen für die viecher da fahre ich dann mit dem ladewagen drüber mit mängelnden schwader besitze ich im moment nicht ich glaube der wird jetzt auch zu teuer sein aber das ist ja kein problem da hat man hier ein paar runden drüber zack hat man auf jeden fall ordentlich was zusammen später gibt es einen schwader der rest der übrig bleibt wird zusammengeschwadet und dann passt das schon muss ja nicht immer alles perfekt sein ne das ist halt landwirtschaft das ist äh natur leben und nicht irgendwie hier buchhaltung wo alles perfekt und glänzt ne da bleibt auch mal was über wo gehobelt wird fallen späne aro seine weisheiten ja ja in letzter zeit hat's hier Juti regnet auf meiner karte also noch vor den aufnahmen das heißt schön hier ne vitamin mineralreich ist das ganze futter dann für die viecher da freuen sie sich ich auf jeden fall später eine gute kraftfutter mischung raus und dann gibt's richtig milch und schweinefleisch mhm ja leute ich habe urlaub äh und bin viel zu entspannt ich merke das gerade ich bin total mhm aber am wochenende war auch musik und so ne veranstaltungen bin bisschen erschöpft aber ich muss ich wollte was aufnehmen weil es muss ja was rauskommen kann ja nicht sein dass mal wieder ein tag nichts kommen obwohl ich zeit habe ne das gibt's ja nicht deshalb äh gibt's diese aufnahmen jetzt so und wir machen Gras komm ist da Gras mit der Naseband na wer wer kennt's worum geht's und die ganzen RTL Freaks war RTL oder ich hab's ewig nicht ist ja Jahre nachher so wir gehen in die vierte Runde das geht echt flott hier aber ich glaube so viel brauche ich gar nicht machen ich brauche nicht alles jetzt platt machen glaube ich weil wer Quatsch kriegt das eh nicht alles verfüttert denke ich mal ich probiere es einfach mal ja wir machen die vierte Bahn jetzt zu Ende und dann komme ich schon mit dem Ladewagen und sammle was ein und bringe es direkt in den Stall rein definitiv weil die Kühe haben bis jetzt nur Wasser die Schweine haben schon Wasser und Gerste na das ist schon mal ein krasser Fortschritt und den möchte ich den Kühen jetzt auch gönnen damit ich Milch bekomme ich muss ja morgens und abends ein Glas Milch trinken ein Pott Milch wie man so schön sagt hält frisch und gesund gut gut also ernsthaft jetzt er kämpft, er kämpft, er kämpft so, vierte Bahn abgeschlossen dann klappen wir das Mehlwerk zusammen dann klappen wir das Mehlwerk zusammen jetzt wieder zurück oh ne oder ja hör doch auf ja man muss halt manchmal schummeln ich wusste aber nicht also es sah jetzt echt so aus als würde ich noch einen Millimeter vorher anhalten das war so mein Plan aber hat leider nicht ganz funktioniert hm erstens funktionieren meine Pläne das ist ärgerlich ein Rückschritt so, der Masse Völkissen müsste es eigentlich auch schaffen den Ladewagen zu ziehen ich weiß es nicht aber wir probieren es einfach mal schönes Gespann ne, tolles Team wir sollten öfter zusammenarbeiten die beiden hey, habt ihr das schon öfter gemacht? so und dann geht's los auf zum Feld das Besondere bei Mengele Ladewagen Mengele Ladewagen ist ja dass er schnell verstopft man darf nicht zu schnell fahren man muss auch zwischendurch mal die Klingen tauschen ne, nicht die Klingen oh, jetzt komm ich nicht drauf warte, wir gucken wo war's, wo war's, wo war's hm oh, ich weiß nicht mehr, wo das war irgendwo war sowas hm 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 da Ladewagenmesser, ja doch, Messer genau, wenn die Ladewagenmesser abgenutzt sind müssen sie diese wechseln also richtig witzig das ist, muss ich ist mir noch nie passiert musste ich noch nie machen vielleicht passiert es uns ja mal in dem Let's Play wäre eine tolle Sache nämlich keine Ahnung was ich da machen muss also dann werde ich erstmal hilflos sein boah wie geil ist das denn hm 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 Wahnsinn du siehst du noch mal ein Foto machen gefällt mir dann fahren wir los klappen uns die erste Bahn den ersten Schwatt und unten unten rechts seht ihr schon die Auslastung noch im grünen Bereich aber kann auch schnell mal ins Rote wandern und dann ist es halt verstopft dann muss ich aussteigen und die Verstopftung beheben wir versuchen uns mal eine Verstopfung zu holen so wie ich das auch im echten Leben immer mache und dann werden wir diese Verstopfung wieder lösen Perfekt es macht Spaß so lässt sich's arbeiten die Geräusche sind so schön gemacht ne bin echt ja ich weiß wie ein Ladewagen klingt obwohl ich das bedienen komme ich war ja früher oft im Urlaub auf dem Bauernhof und da bin ich auch Ladewagen mitgefahren natürlich was und mit so einem geilen alten Hannomag das war so cool ich muss da mal wieder hin ich hoffe die haben den Hannomag überhaupt nicht aber es gibt den Hof noch ja also wie ihr seht wir haben schon 25% und haben noch nicht ganz eine Bahn abgeschlossen ich habe vier Bahnen das heißt mindestens so 100% also einen vollen Ladewagen haben wir schon mal und ich denke das reicht für die Kuhversorgung aber vielleicht brauche ich ja auch noch was für meine Schafe bis jetzt habe ich zwar nur ein Schaf aber ich habe da ja eine Lösung gefunden hatte ich schon gesagt wollte ich euch eigentlich noch zeigen bin ich aber noch nicht zugekommen weil wir ja noch nicht hiermit fertig geworden sind das heißt die Lösung werdet ihr auch noch irgendwann sehen erfahren und wird spannend da freue ich mich auch schon drauf so richtig schön jetzt hätte ich es fast gesagt es wird schön und groß und laut so irgendwie kriege ich das Ding hier aber nicht nicht verstopft wie es scheint also dafür scheint der Schwarz echt zu klein zu sein weil ich ja nur das kleine Seitenmähwerk hatte da brauche ich was größeres vielleicht wenn ich so einen dicken Schwarz zum schnell auf seine Wäste dann verstopfte aber so kriege ich nicht voll wie schön hier der Boden kaputt gefahren ist ne also realistisch ich sehe gegen Schwarz kaum noch als ich einige fragen boah wie macht er das ja ich errate ihn so ein bisschen echt schwer gerade ach ist doch aber alles kein Problem Profis am Werk so dann würde ich sagen wenn ich wieder oben angekommen bin dann kippen wir das in den Kuhstall und dann warst du schon wieder für diese Folge behaupte ich einfach mal jo guck doch mal die Zeit an die sind schon wieder hier bei 15 Minuten unglaublich tack oben angekommen doch bis zum Ende hier so und jetzt will ich damit in den Kuhstall rein na das wird ja spannend ich glaube wenn ich einfach durchfahre dann habe ich ein Problem vermute ich jetzt einfach weil hier vorne nämlich boah wie schön das klingt weil hier vorne nämlich die Kurve viel zu eng ist hier oder kriege ich das hin eigentlich müsste man das hinkriegen komm ich bin Busfahrer sowas kriege ich hin oder na guck mal easy also es ist wirklich groß genug sogar der Stall das hätte ich jetzt nicht gedacht tack und die Kühe kriegen hier Gras sehr schön ja komm mal das ist doch eine Menge Mensch damit könnte er was anfangen ne dann seid ihr erstmal richtig ja wunderbar guck mal dann versuche ich sogar noch was an die Schweine zu geben nehm die Gras überhaupt das weiß ich gar nicht nehmt die Gras hallo ihr da hinten bin ich dann am Schweine Stall dran ach wo stehe ich denn ne da kann ja nichts passieren wenn ich nicht mehr dran stehe so Gras wird hier nicht angenommen gut dann haben wir auf jeden Fall die Kühe versorgt ähm ich stelle den Ladewagen ab mit dem Restgras dann machen wir natürlich wieder den Frontlader mit der Schaufel ran und stellen noch schnell den Massive Ferguson weg so gehört sich das ne nichts wird hier stehen gelassen hier ist Ordnung auf meinem Hof ich habe gerade den Kärscher gesehen aber nö putzen jetzt muss jetzt nicht sein gerade dafür ist die Folgenzeit schon viel zu weit vorangeschritten aber ich sehe gerade wie perfekt ich das hier alles mache guck mal wie gut ich reingefahren bin und so okay das war jetzt vielleicht nicht so gut hier hier ein bisschen enger ist aber wir parken einfach hier ich muss ja nicht wieder ganz hinten stehen ja packen wir neben dem Fendt zwischen Fendt und John Deal das gönne ich mir sehr schön oh und umleuchte noch an jetzt haben wir es alles abgestellt war eine schöne Folge ordentlich Gras für die Kühe die sind erstmal versorgt und glücklich und ich danke euch fürs Zuschauen ich hoffe euch hat es Spaß gemacht mir wäre gerade fast der Controller runtergefallen deswegen klang es gerade so komisch bei mir den habe ich schnell aufgefangen lasst mir gerne einen Daumen nach oben da ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin macht's gut euer Aro ciao 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 Musik